Ok, ok, ok. Guckt euch diesen Ausblick an. Der Ausblick. Wir sind hier live auf Lorette Ma, Smoky. Wir sind gerade aufgestanden. Wir haben gestern einen Auftritt gehabt hier. Genau hier in Lorette Ma, bei Rainbow Tours oder so und im, keine Ahnung wo. Übergeil, übergeil. Hier nebenan wohnt ein Frauenarzt. Dann Budus 2000, Sadika ist mit dabei und guckt euch was Smoky da an der Hand hat. Ganz neu gestern eingeflogen worden. Mann. Über krass, Mann. Kaufen. Das sind so die Farben, Alter. Wie das aussieht, Alter. Unglaublich. Was ist denn alles drauf? Sehr viel. Das Original, jeder kennt's. Die CD muss man haben. Auf jeden Fall. Ich dachte gerade, da kommt ein Überraschungskast. Aber liebe Budus. Da ist er. Atzen. Hier ist Frauenarzt. Ich hab grad vorgestellt. Die neue Single ist am Start. Frauenarzt und Moneymarkt, das geht ab. Ab 5.6. überall im Handel oder wenn es schon der 5.6. rum ist, dann gibt's die jetzt schon überall am Start. Ich bin grad aufgewacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Geil. So, wir fliegen jetzt nach Malle. Von Malle aus wieder zurück nach Berlin. Zu Michael Wendler. Machen Party mit ihm. Wir ziehen uns jetzt die CD auf Lautstärke, auf Max. Anlage auf Max stellen. Hier sind nochmal die anderen beiden CDs. Boah, die Farben, wie das aussieht. Ihr müsst euch die CD auf jeden Fall mal angucken. Das sind so ne Special Farben. Guckt euch hier das Meer an nochmal. Ich zoome mal ans Meer. Guckt euch das an, Alter. Guckt euch das an. Hier und was wir noch haben hier. Gestern frisch. Gestern hier gefunden. Richtig Mallorca Style. Was haben wir hier? Johnny. Johnny die Kakerlake chillt hier. Unfassbar. Guckt euch an. Oh mein Gott. Da ist er. Für alle Mädchen, wenn jetzt schreien. Hier. Wow. Wie schnell die auch sind, Alter. Das gibt's gar nicht. Ich wette die dann auch Schiss, Alter. Egal, wir lassen hier chillen. Wir bringen keine Kakerlaken um. Die Kakerlake ist auch ein Atze. Für die Putze, die eh nicht kommt hier. Ja. So, jetzt guckt euch mal hier unser Badezimmer an. Nein. Die Klospülung muss ich euch zeigen. Schreibt euch das mal an. So was unfassbares. Wie geil, Alter. Okay, Atzel und Atzel. Nicht mal ne Klobürste. Nicht mal ne Klobürste, Mann. Also kack dran bleibt. Auf jeden Fall. Kack dran bleibt. Hier ist noch unser Dings da von so. Übergeil. Leute, kauft euch auf jeden Fall die Single. Und dann hier, guckt euch mal hier an. Ausblick. Urlaub. So. Also. Wir sehen uns. Bis denn dann. Viel Spaß. Das geht ab. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.